Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Das Schönste an Frauen ist, dass sie dir vergeben können, obwohl du unschuldig bist. Frau? Wirkt die Betäubung schon? Gynäkologe, spüren sie meine Zunge? Frau? Was? Gynäkologe, was? Wie Kängurus springen lernen? Learning by Doing, Doing, Doing. Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? 30 Tage kostenlos testen. Es heißt übrigens Hände Druck. Nicht, ich habe einige Fischschlösser und flutsche dir damit einfach an einer Handfläche entlang. Das Wort Advent steckt im Fahrradventil. Dieses Geheimnis hat uns die Kirche 2000 Jahre lang vorenthalten. Warum auch immer. Heute ein Yoga-Buch gekauft. Weiter als Schließ deine Augen bin ich aber nicht gekommen. Da öffnet man das vierte Türchen im Adventskalender, vernascht direkt den Inhalt und wird gekündigt. Weiter, 41, wer da im Frauengefängnis. Mag ich meine Schwester? Ja. Habe ich gerade das letzte Eis in einer undurchsichtigen Tüte mit Erbsen versteckt? Vielleicht. Alkoholfreies Bier ist wie ein Porno als Hörspiel. Arzt? Gute Frau, Sie sind jetzt 92, Ihr Freund ist 21. Da kann jeder Sexualkontakt zum Tode führen. Worauf die alte Dame meinte, Na ja, dann stirbt er halt. Kurzes Gedicht. Ich lerne nicht gerne. Opa und Oma liegen im Bett. Plötzlich sagt Opa, Du Oma, hast du nicht mal wieder Lust? Sie antwortet, Ja klar. Opa geht mit den Fingern nach unten und sagt, Das ist aber trocken. Oma? Moment, das haben wir gleich. Sie geht ins Badezimmer und kommt fünf Minuten später wieder. Opa geht wieder ran und meint, Boah, das ist aber feucht. Was hast du denn gemacht, Oma? Ich hab die Kruste abgemacht. Jetzt eitert's wieder. Deine Mutter heißt Jamaika und ist geplatzt. Chuck Norris spricht mit Christian Erk auf Englisch. Dieser Moment, wenn Zucker und Salz gleich aussehen und du so verwirrt bist, dass du deinen Hamster fickst. Was? Dieser Moment, wenn man in den Rewe geht, sich einen Salat kaufen will, theoretisch fünf Euro dafür bezahlt, keinen Hunger mehr hat und stattdessen Bier holen geht. Ich sage, was ich denke. Du bist also eher der stille Typ. Was ist der Unterschied zwischen Bayern und der Schweiz? In der Schweiz haben Franken einen Wert. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.